Vom 5. bis zum 7. August geht es endlich wieder los, wird in diesem Jahr über drei Tage. Freitag ist kostenlos mit DJ-Programmen mit Foodtrucks und Drinks übers ganze Wochenende auch verteilt. Samstag haben wir eine Neuauflage der Kanal-Party, diesmal Meets, Best of Pop und der Sonntag steht natürlich wieder im Zeichen der Familie mit dem Hagenfest Familienfest von 11 bis 18 Uhr. Wir sind schon seit einigen Jahren Partner vom Oberhausener Hafenfest, ganz besonders freuen wir uns am Freitagabend auf die Bootspartie. Uns als Sparda-Bank ist es ein besonderes Anliegen, sich nicht nur mit fairer Beratung in Finanzthemen zu bewegen, sondern uns auch für die Menschen hier vor Ort zu engagieren. Die EVO ist Teil unserer Stadt und das heißt natürlich auch, dass wir Teil der großen Stadtfeste hier in Oberhausen sind und freuen uns ganz besonders nach zweijähriger Corona-Pause jetzt auch wieder beim Mariener Hafenfest dabei zu sein. Besonders stolz sind wir auf die Schlagersänger Jörg Bausch und Maik Leon Grosch, die uns an den Abend besuchen werden und die Coverband Groove Delighters, die an den Abend für richtig Stimmung sorgen. Es gibt ganz viele Höhepunkte, es gibt Super-Acts und ich kann nur sagen, kommt vorbei, guckt es euch an. Wir freuen uns auf die Stimmung hier, wir freuen uns auf die Familien, die vor Ort sein werden, auf die ganzen Leute, die hier feiern werden gemeinsam mit uns und deswegen ist es uns ein Ansinnen gewesen, hier als Oberhausener dabei zu sein. Alle sind herzlich eingeladen hier an der Heinz Schleuser Marina zur neunten Auflage des Oberhausener Hafenfest.